Willkommen bei Oink Enterprise TV Ich weiss immer noch nicht wie es Englisch ausspricht Oink Enterprise TV Philosophie Channel Willkommen zur ersten Folge Wie gesagt, und beim Philosophieren sollte man nicht so verspannt sein Auf Schriftdeutsch bitte, genau Willkommen bei Oink Enterprise TV Philosophie Kanal Liebe Freunde der Philosophie Freunde des Wissens Ich selbst möchte mich erst mal im philosophischen Rahmen vorstellen und würde mich selbst als großer Denker unserer Zeit betrachten Ich würde das nicht nur ich tue das auch So natürlich wieder mal frei nach Schrödinger Und deshalb habe ich ja viel zu teilen in der Philosophie Ja, wenn ich von mir als Philosoph spreche und über Philosophie im Allgemeinen Dann meine ich nicht davon von irgendwelchen anderen Leuten zu reden Die selber auch nachgedacht haben Was durchaus auch interessant ist Aber eben nur ein Teil davon dessen Was ich unter Philosophie verstehe Ja Und ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus Weil ich mich eigentlich nie damit beschäftigt habe Schön haben wir darüber gesprochen Schön haben wir darüber gesprochen Wenn ich Philosophie in den Mund nehme Als Begriff meine ich meistens meine eigene Philosophie Und was soll das sein? Und das soll das sein Was wir alle haben Nämlich ein Gedankenmodell Das uns erklärt Was Versucht uns zu erklären Was auch immer uns passiert Genau Und ähm Wenn ich dann eben sage Meine Philosophie Dann meine ich eben dieses Mir eigene Aus Durch meine pure Existenz Erzeugte Gedanken Oder das mir das eben erklärt Ja Ist das nicht toll? Und äh Ich rede eigentlich prinzipiell nur darüber Wenn ich über Philosophie rede Ja Weil es für mich gleichzusetzen ist Wie die richtige Antwort auf Alles und so Es ist nämlich nicht 42 Oder Nur teilweise Aber ehrlich gesagt Ich weiß es nicht Vielleicht ist es doch 42 Egal Ich habe auch eine Und die ist nicht 42 Und ich finde meine besser Ja Und darum geht es in meiner Philosophie So Drei Minuten Ich habe es schon wieder überzogen Nennen wir das jetzt mal Einführung in äh Meine Philosophie Ja Toll Das hier so Mir an den Lippen hängt Es ehrt mich unheimlich Weiter so Ich ermutige euch Labt euch an meinen Worten Ähm Worte der Weisheit selbstverständlich Ja Und tut das auch weiterhin In der nächsten Folge Wo ich euch dann alles erklären werde Darüber was ich im nächsten Video So sagen werde Und was ich da so tun werde Und worüber es da so drum geht Ja Und das heißt dann alles Folge 2 Aber Folge werde ich nicht schreiben Jetzt wisst ihr es Bis dann Wieder mal auf Oink Enterprise TV nie Two Stunden Wir Wie Bis dahin Mit Si Positive demande γα fon See MO